Vor allem in diesem Irrenhaus. Ja, Mann, das war richtig gut. Ich hab mir so in die Hosen geschüttelt. Ja, das war schon ein bisschen krass. Ja. Und Top 3, würde ich sagen, fängt bei mir mit Battlefield 4 an. Ganz gut Falle eigentlich. Okay. Ja, zu Battlefield kann ich halt gar nichts sagen. Aber, ja, ich hab ja schon gesagt, Ego-Shooter sind eh nicht so meins. Ich finde es richtig geil. Ich hab jetzt zwar nur dieses China Rising oder China Rising DLC. Aber, wo geht's denn da hin? Äh, hat's trotzdem ziemlich geil. Ich glaub, wir müssen mehr sagen. Ach, ja, 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 ich hab bloß geguckt, ob da irgendwer steht. Okay. Äh, ja. So vom Spielen her und so ist echt gut. Mhm. Okay, Alter. War ich bei dir Top 3? Ähm, auf 3, das wird echt schwer. Aber, ich würd sagen, auf 3 ist bei mir Mord auf Schatten dieses Jahr. Echt? Mhm. Also, es gibt's nur zwei Spiele, wo ich sagen kann, die sind wirklich besser. Und, ja, es ist wirklich ein sehr geiles Spiel. Und die Entscheidungen, die sind auch echt ziemlich schwer gewesen. Und das waren alles so, die drei, die sind halt irgendwie so Titel, wo man so denkt, so, Alter. Was mir an Mord auf Schatten gut gefallen hat, das ist einfach, es kommt so dieses Härterringe-Feeling ein bisschen auf. Oh, ja. Und wenn man Härterringe mag, es soll Leute geben, die es nicht mögen. Ähm. Was? Also, ja, das ist für mich auch nicht vorstellbar. Ich hab's gemacht. Ja, ich auch. Nee, noch nicht. Was? Was? Ähm. Die Steuerung ist ziemlich intuitiv, also sehr gut. Ja. Am Anfang noch ein bisschen ungewöhnt, aber wenn man's dann mal drin hat, dann hat man's halt auch drin. Alter. Ja. Und, ja, manche vergleichen's ja irgendwie ein bisschen mit Essens Creed, was ich jetzt nicht so finde unbedingt. Gut, man... Bisschen schon. Springt man halt auch irgendwie rum, rennt die Häuser hoch und was weiß ich. Ja. Aber... Bisschen minimal. Ja, das... Ich mein, dann kann man auch hier... Titanfall mit dem neuen COD vergleichen. Ja, kann man tatsächlich. Also, das finde ich, kann man wirklich sehr gut vergleichen. Das ist also... Ja. 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 Ja, es ist... Es hat auch seine Vorzüge. Okay. Aber es ist wirklich... Es ist halt... Zwar ein bisschen anders, aber es ist... Es ist einfach... Wirklich ein Titan-Vorlaub-Klatsch. Ja. Ja, gut. Ja. Zö, die hat mir ja schon vom E3-Trailer nicht so gefallen. Ja, es war wirklich... Auch gleich gesagt, werde ich nicht holen. Habe ich auch erst schon gesagt, dann habe ich mir doch geholt. Ja, ich weiß. Gruppenzwang. Gruppenzwang. Ich würde sagen, fuu... Das ist ja Last Obstacle Before You're Free. Okay, das ist das letzte... Oh, warte mal. Ich müsste eigentlich mein Ding ein bisschen ändern. Weil The Last of Us Remaster für die PS4 kam doch dieses Jahr raus. Ja, aber ich muss sagen, das hatte ich nämlich auch schon überlegt, ob ich da The Last of Us reinnehmen soll. Und das wollte ich noch erklären, wieso ich das nicht reingenommen habe. Okay. Weil The Last of Us, das Original, wurde ja schon 2013 veröffentlicht. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und ich meine, wenn du sagst, okay, ich nehme das Remastered da rein, dann kann ich auch sagen, okay, ich nehme dieses Jahr Final Fantasy VIII zum Beispiel rein, weil das jetzt neu auf Steam war dieses Jahr. Okay. So als Vergleich. Ja, gut. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, gut, dann lassen wir das raus. Aber an sich würde ich auch sagen, ja klar, The Last of Us. Geil bespielt. Ja, bei mir aber nicht in den Top 3, glaube ich. Hm, die ist ja wahrscheinlich auch nicht, ne. Ja, bei mir wäre jetzt Top, also die 2 wäre bei mir, äh, Wulfenstein. Wulfenstein. Ja, jetzt tue das, der wird gleich neu starten. Ja, okay. Ja, weil es einfach, äh, von der Story her fand ich das einfach mega. Ich würde sagen, wir plappern einfach weiter. Wir sehen halt das Menü ein bisschen. Ja. Ich fand das, die, 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 die Story von, 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 hier, von, von, von Wulfenstein war echt geil gemacht. Okay. Zum Teil und das, das, also die deutsche Version, dass da irgendwas gefehlt hat, hat mir jetzt gar nicht all gefehlt. So, Hakenkreuz oder so. Ja, genau. Ich finde es, sowas muss auch nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal irgendwann. Ich finde einfach immer noch, das muss nicht unbedingt dran sein. Ja. Mein Geschmack. Ich meine, wenn man sich das Spiel auch nur deswegen holen würde, wäre ja auch ein bisschen schlecht. Ja, dann, ja, auf jeden Fall, die, die Wulfensteinzeichen haben die Atmosphäre nicht zerstört. Okay. Ja, das ist ja gut. Sehr schön mal. Und auch grafikmäßig war es okay und alles, war schon gut. Ja, dann ist es gut. Ja, und bei dir? Kann ich, also zu Wulfenstein kann ich auch nichts sagen, weil ich es nicht gespielt habe. Bisschen bei Mats halt reingeschaut, natürlich. Aber, bei mir ist... Wie, du guckst meine Videos nicht? Doch. Spaß. Jedes einzelne, das glaube ich, warum da immer mindestens ein Klick drauf ist. Ja, stimmt. Ja. Meistens werden es auch nicht mehr, aber... Ja. Das ist bei mir ja nicht anders, weil du wahrscheinlich meine Videos schaust. In der Tat. In der Tat. Ähm, ja, auf Platz 2 ist bei mir... Das war wirklich eine... Also... Ja, mit der 3 war ja schon eine schwere Entscheidung, aber mit der 2 wurde es halt nochmal schwärer. Ähm, ist bei mir Destiny dieses Jahr. Okay. Also, es ist... Es ist zwar ein Shooter, wo ich... Wo man... Also kann man ja so sagen. Es ist aber freestartig. Okay. Ja. Come back in one minute. Okay. Ähm... Aber... Ich finde... Zum Beispiel Borderlands finde ich auch ziemlich geil. Und Borderlands ist so gesehen ja auch ein Shooter, aber es sind eben... Verdammt. Das muss ich später rausnehmen. Ähm... Gott. Ich habe gerade irgendeine Direct Connect gemacht und da wird irgendeine IP noch angezeigt. Ach so. Ja, aber es glaub nicht... Geschehenreitlist von die mir... Okay. Ja, gut. Ähm... Ja, es ist... Man hat halt doch irgendwie so ein bisschen Rollenspiel-Akzente drin. Irgendwie Equipment sammeln oder... Ja, manche, die es gezockt haben, werden auch wissen, dass man halt irgendwie Punkte verteilt, wie... Wie man jetzt seinen Charakter genau macht. Was weiß ich... Ein bisschen mehr auf Rüstung, ein bisschen mehr auf Lebensreck, ein bisschen mehr auf... Mobilität... Und so weiter. Ja, es ist... Es war für mich einfach ein Spiel, wo ich... Sagen musste, dass... Ja... Das war eigentlich so das am meisten ersehendeste Spiel dieses Jahr für mich. Fast. Okay. Fast. Fast. Ja, so. Gehört auf jeden Fall dazu und... Ist bei mir deswegen auf der Platz... Auf der 2. Okay. Das wäre bei mir, glaube ich, so Platz 6 oder so. Okay. Ein bisschen weiter hinten. Ich fand's zwar auch ziemlich geil, aber... Die anderen Spiele fand ich... Auch geiler. Okay. Ja gut, jeder hat ja seine eigene Meinung. Ja, richtig. Okay, ich muss sagen... Ähm... Alleine ist es teilweise echt schwer. Und... Das ist wirklich extrem geil. Oh ja. Und dann auch gerade so Raids oder so. Man kann ja dann irgendwie so... Wie diese Strikes machen mit drei Leuten. Das bockt sich dann... Schon ein bisschen. Ist auch ein bisschen frustrierend manchmal. Aber im Endeffekt... Ja, auf jeden Fall. Ich fand, du hast... Ja? Wart... Nee, sag. Ähm... Ich finde, das gehört halt immer irgendwie dazu bei... Bei Rollenspielen einfach, dass man halt nicht alles gleich auf den ersten Versuch schafft. Ja, genau. Du wirst auch nicht... Biss... Äh... Ja, du wirst nicht zugeschissen mit Items. Ja. Was... Du wirst...